Spiel! Als nächstes erwarten euch meine Planken! Und das wollen wir jetzt machen. Wie gesagt, es wurde gestern herausgefunden. Ich glaube, Japaner. Ich muss nochmal gucken. Wenn man sie mit dem Emot hier begrüßt, kann es sein, dass sie einem ins Gesicht schlägt. Und ich würde das gerne ausprobieren, ob das geht. Gucken. Ich weiß nicht, wie dicht man dranstehen muss. Ob man das zu einer bestimmten Zeit machen muss. Aber ich versuch's ein paar Mal. Ja! Hahaha! Es geht! Okay, es hat geklappt. Wirklich. Bin jetzt ein bisschen weiter. Natürlich. Es war cool. Ja. Dass jemand sowas herausgefunden hat. Das Originalvideo verlinke ich euch natürlich in der Videobeschreibung. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Macht's nach, wenn ihr auch mal von der Göttin geslappt werden wollt. Bis dahin. Tschau, Leute. Tschau, Leute. Ich muss mich nicht wieder.